So, hallo ihr Spassis! Wenn ich euch so nennen darf. Äh, ja, nein, nein, damit meine ich dich nicht Kübel und auch nicht Riddler, nein, nein. Ey, was ist denn, ist das mein Besatz Willing? Äh, ich bin tot. Pass an wie ich, Alter, ne, ich hab gedacht, du hast du ein Video von mir her. Ich hasse die Spawns auf unserer Kanäle, ganz kurz angegeben, aber das war's dann auch schon. Als er gesagt hat, die Nase, wuuu. Ja, Kübel und Riddler hier so mit am Start. Äh, das ist so ein kleines Random Video, was eine einzige Info enthält, und zwar, dass ich, ja, wie, 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 was? Ey, was das Tolle ist, es gibt nur einen Mörder-Server bei mir. Muss von zwei, drei, drei. Oh man. Ich hab ja grad Mörder runtergeladen. Ach so, Mörder, ja. Ähm, ja. Ich glaub, man hört das auch schon, äh, ich bin krank. Ich bin krank, äh, hatte ja auch ein Bioshock-Problem. Das Problem war halt, in der Zeit, also in der Zeit, wo ich jetzt Bioshock von vorne spielen musste, wurde ich halt krank. Das heißt also, ich kann jetzt kein Bioshock aufnehmen. Wie können wir im Kino? Was da? Was mich mega ankotzt, ja. Das einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ist, dass ich darauf hoffe, dass ich die Scheiße bald loswerde. Ach so. Kino. Den Elevator. Und ja, ich werde ganz vielleicht, wenn ich denn Lust hab, oder BZW, wenn ich ja, weil ich dann halt echt, äh, nichts anderes machen kann einfach, werde ich eventuell jetzt in dieser Krankheitsphase ne neue Montage schneiden. Und ob nun BF4 oder BF3 weiß ich nicht, weil, in beide bin ich zur Zeit mega schlecht, deswegen. Ach, TPO-Auslassung 100%, ich liebe es. Äh, ja, ihr seht, ich treffe grad mit der Sniper Univision 0 und wieder nix. Ach, ist doch Schiss. Ach, ich hatte nicht alles weg, weiß nicht. Ich will ja auch ne Map, die ich nicht hab, Alter. Wie gesagt, dieses, äh, von diesem Gameplay hier braucht ihr nicht viel erwarten. Das ist, also ich chocke hier grad live, ich kommentier so'n Scheiß nicht nach. Nachkommentieren finde ich ja sowieso der letzte, keine Ahnung. Ich find nachkommentieren kacke. Ja, äh, ich werd jetzt hier die Runde einfach mal zocken, so'n bisschen noch. Dass, dass, dass ihr halt aber auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst, dass ich krank bin. Und, ja, noch hab ich ein paar Videos offen, also halt, äh, noch auf Vorrat. Aber, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, glaub ich sogar, dass das ein bisschen knapp wird. So vom, von der Krankheit halt, wie lange sie ungefähr dauert, bis ich halt wieder aufnehmen kann. Und, und, bis halt zu dem Pei-Zeitpunkt, wo ich halt wieder aufnehmen kann. Ach, ich hasse das. Was ist denn Fred da? Was ist denn Fred da? Wie gesagt, äh, Leute, heute ist der, in vier Tagen ist Weihnachten. Fuck yeah. In vier fucking Tagen ist fucking Weihnachten, ne? Ist das nicht schön? In vier Tagen kommt der Trailer. Also zu Weihnachten bekommt ihr ein Geschenk. Ach, den hast du noch gar nicht veröffentlicht? Ich dachte. Naja, der sollte eigentlich an Weihnachten kommen. Naja, kann er ja. Ich hab nicht frei, ich hab nicht frei freigeschaltet, keine Sorge. Ich hab, ich... Geh nicht an Videos, Fremder. Ja. Würde ich einen leeren Server finden, könnten wir Pirate Shipwars spielen, ne? Das Spielmodus ist so geil, aber der geht mich jetzt zu zweit. Oh, ja, M320. Fick die Wand. Hast du einen leeren Mörder-Server? Ich muss grad mal Carrysmokern, weil das Spiel mein PC zerfickt. Ja, mir läuft mir alles die Nase runter, ich liebe das. Ich hasse das, ey. Gott. Ja, Angry Reagan, ne? Ja, 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 ja. Leute, als Let's Player krank sein, ich hasse das. Ich hasse das. Das... Ich guck mal, ob's auch Chips gibt. Kotzt mich so... Oh, ich hab ne Nachricht ins Team, ins Team bekommen. Cool. Ach, jetzt leckt das Game auch noch. Fick die Wand. Äh, da unten liegt einer. Ah, 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 hallo. Wo ist er denn? Dödödödödödödödödödödödödödödödöd... Halloaa, haha, ich hab ihn... Ich hab tat easy auf ihn gewartet, ach, wie geil. Hat der Tat Aye global geguckt. Ach, komm jetzt.. Leute. Ja, Riddler und Kübel wissen auch gerade nicht, was sie so zocken sollen. Ich würde ja pennen. Oh, jetzt ist meine Mors schon wieder am Arsch. Mann. Fick dich. Du blöde Kackmaus. Danke. Ja, Leute, ich weiß, ich habe das gerade live gemacht. Oh mein Gott. So, hast du die mal gemeldet? Ja, ne? Wer, ich? Ich sehe aber gerade nicht Overlay bei BF3. Ja, Starbound zocken geht nicht, weil der Mikro immer abkackt. Kotzt mega an. Das würde ich jetzt sagen, wir zocken Starbound, weißt du? Hi! Hallo. WTF? Halt dich, Halt dich. Beispielsweise ist Torchlight und Pen. Äh, Torchlight? Was machst du denn für Sachen? Ja, äh, ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass ich eine Montage zusammenkriege in der Zeit, wo ich krank bin, weil, ja, ich irgendwie schon seit zwei Wochen verbockt drauf habe, was zu schneiden, aber, äh, ich halt keine Gameplay, keine ordentlichen Runden aufgenommen kriege. Also, halt immer nur ein Kill, dann sterbe ich, ein Kill, dann sterbe ich, das ist halt scheiße so. So eine Montage würde ich nicht unbedingt machen, wo ich halt nach jedem Kill einen Schnitt machen muss. Das ist nicht ganz so geil. Und ja, und ja, apropos, wenn wir schon mal dabei sind, ich wollte sowieso schon ein Video darüber machen, wenn ihr Lust habt, mir Gameplays zu schicken, woraus ich Montagen schneiden soll, dann dürft ihr das gerne tun. Ladet die sonst wo hoch, ist mir egal wo, ist mir egal, welchen Hostel ihr da nutzt. Jetzt ist, äh, was sollte das, hallo? Ja, ich hab gleich gestartet und mein Video sagt dann, nein. Oh, hast du was gesagt, also was Wichtiges? Ja, Leute, ihr habt's gerade gesehen, es war kurz ein Hanger drin, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob DXFW weiter aufnimmt oder nicht, keine Ahnung. Äh, ja. Ja, also wenn ihr meint, ihr habt voll das geile Gameplay-A-Spiel, BZW, ja, ihr habt irgendwie voll die gute Kill-Serie, wie gesagt, es, ich kann daraus ja auch Kurzmontagen machen, die meinetwegen nur 50 Sekunden gehen. So was krieg ich ja auch hin, oder halt ne richtige. Ach, der war sogar getroffen, ha, wie geil war das denn? Haha! Hauptsache, ich mach jetzt mal so'n Trick-Luck-Shot, Alter. In your face, Bitch. Wie krass war das denn grad? Weißt du, sowas, weißt du, und sowas schaff ich nicht, wenn ich, äh, wenn ich halt konzentriert zocke, weißt du? So ne Kills. Ist schlimm sowas. Weißt du, der wär perfekt für ne Montage gewesen, so. So, zack, bäm, Luck-Shot, Zeit-Lupen-Kill. Nein, ich hasse das. Wo ist er? Zack, ach. Ja, Leute, was halt aufregt bei so, ja, beim, beim Snipen. Ähm, Alter! Alter! What? Habt ihr das gesehen? Ich hab null, ey, weil ich krank bin. Ich bin so fertig mit den Nerven, ich hab nix getroffen grad. Äh, ja. Also, ne? Ihr wisst Bescheid, die Runde ist ja gleich vorbei, dann werd ich auch sowieso, äh, die Runde hier, also die Aufnahme beenden. Wollt nur ein kleines Ründchen hier zeigen. Wie bitte? Ich spiel gleich 8. Das mein ich, Leute, weißt du, der Typ war schon angehildet und trotzdem hab ich nen Hitmarker gekriegt. Ich werde mit ner Sniper, glaub ich, nur noch auf Hardcore-Servor zocken. Das ist so schlimm. Immer nur diese Hitmarker, das ist grauenvoll. Ich weiß, was wir spielen. Was? Scrabble online. Ich hab sogar eine Wörter in die Hoden oder so. Ficht. Okay. Laa, la, la, ne, ich hab generell, ich hab voll Bock irgendwas zu schneiden. Also, wenn ihr echt Gameplays habt, so, die voll geiler spielt, dann ohne Scheiß, ihr schickt sie mir ruhig. Ich hab so Bock, ne epische Montana zu schneiden. Wie gesagt, wenn ihr auch, wenn ihr ja, wenn ihr noch, wenn ihr, ne, 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 ne. Ich kann nie mehr reden. Wenn ihr noch Musikwünsche habt Also die Musik, die ich halt in eurer Montage Verwenden soll, dann könnt ihr die mir natürlich auch Gleich mit als Link schicken Ich seh das nicht, sorry Ich hab BF3 an Ich seh kein Steam-Overlay Ich seh das nicht Ich hab das aber schon mal probiert Mit BF3 zu verknüpfen Dass ich das dann sehe, aber das geht nicht Ja Leute Das war's mir darunter gleich, deswegen würde ich sagen Ja, wie gesagt, ich bin krank Mal gucken, wann ich weiter richtig aufnehmen kann Und wenn ihr mir Gameplays Wenn ihr Gameplays habt zu BF3 Und die voll episch findet, dann sendet die mir doch zu Dann kann ich daraus eine epische Montage schneiden Mit Musikwunsch natürlich Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, haut rein Bis zum nächsten Mal Von euch kommt nur ein Furz Ja, ihm werden heute nicht mehr spielen Die Straße, ja Ja, was denn spielen? Ja, ich hab Link ins Geld gesendet Oh Gott Was wird das denn jetzt so sein? Was wird denn hier? Ja, ich hab das 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 denn hier? Vielen Dank.